Es gab gestern Abend eine absolute Katastrophe mit dem Comic Drop von Star Wars. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic Drop an und wir schauen uns außerdem an, welche Plattform jetzt auch für euch da draußen alle verfügbar ist, sowie auch den nächsten London Bullies Drop an. Das und noch sehr viel mehr jetzt im Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute auf jeden Fall wieder mit einem sehr wichtigen Video. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, starten tun wir in dieses Video mit einem absoluten Fail gestern Abend und zwar nämlich dem Return of the Jedi, Hashtag 1 Comic. Denn ja, hier gab es massive Probleme, es wurde zweimal der Countdown zurückgesetzt und ja, es wurde einfach nicht angezeigt, dass man an den Drop teilnehmen kann, beziehungsweise man konnte nicht der Warteliste beitreten und dementsprechend war das Ganze natürlich gelaufen, da man ja nicht das Collectible kaufen konnte. Dementsprechend wurde der Drop einmal verschoben und dann noch einmal, nachdem es wieder nicht funktioniert hat und ist jetzt tatsächlich erstmal komplett gesperrt gewesen für den gestrigen Tag und sie werden auf jeden Fall uns hier updaten, wann das Comic dann doch droppen wird. Ich gehe mal davon aus, dass es dann in der nächsten Woche droppen wird. Aber wenn es dazu weitere Details gibt, werde ich dich natürlich darüber informieren. Als nächsten Comic Drop sehen wir unter anderem jetzt auch Amazing Spider-Man Hashtag 10 aus dem Jahr 2014 und hier wird außerdem die First Appearance von Spider-Punk mit dabei sein. Das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden. Mir persönlich gefallen hier auf jeden Fall die Kamen und auch die Secret Dash schon mal eigentlich sehr, sehr gut. Und wenn wir uns das Ganze hier auch nochmal auf Go Collect anschauen, dann sehen wir aber relativ schnell hier auch nur 9.8 mit 452 Grades, was jetzt zwar nicht wenig ist, aber auch nicht super viel, gerade mal einen Wert hat von 230 Dollar. Das heißt, wir sprechen hier auf jeden Fall von keinem sehr, sehr krassen Comic. Man muss aber auch dazu sagen, das Comic selbst hieß halt auch erst aus 2014. Das heißt, hier auch die Story um Spider-Punk könnte in Zukunft auf jeden Fall noch weiter ausgebaut werden. Das ist natürlich an dieser Stelle von mir nur reine Spekulation. Ansonsten den Job selbst werden wir am 19. Dezember, das heißt am Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit sehen. Das heißt, wer auf jeden Fall da Lust hat, den mitzunehmen, kann das auf jeden Fall machen. Für mich persönlich ist das jedenfalls ein Skip. Stacker ist nun für alle Leute verfügbar, die das Ganze nutzen wollen. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, das heißt, wenn du das Ganze noch nicht gesehen hast, schaust du dir auf jeden Fall an, werde ich dir hier unter dem i verlinken. Das ist eine sehr, sehr coole Plattform, um deine Collectibles zu tracken. Mit dieser sehr positiven News gehen wir auch direkt zum nächsten Thema, und zwar dem nächsten London Police Collectible Drop. Und der wird nämlich auch schon relativ bald stattfinden, nämlich am Sonntag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und hier werden insgesamt drei Collectibles sehen von den Künstlern. Und als erstes sehen wir hier Good Roboter als Altria. Alle Collectibles sind hier übrigens animiert und sind Poster. Und hier haben wir einen Listenpreis für jedes Collectible von 40 Gems. Unter anderem eine Editionzahl von 333 Stück und natürlich eine Altria, sowie auch First Edition. Das Ganze ist hier natürlich sehr, sehr limitiert und dementsprechend könnte das Ganze tatsächlich auch ziemlich spannend werden. Hier haben wir noch eine weitere Altria. Das wird auch eine Editionzahl von 333 Stück haben. Und als letztes haben wir hier noch ein Secretair-Poster. Das ist nicht animiert und das wird nur gerade mal eine Editionzahl von 222 Stück haben. Man muss dazu ganz dringend noch erwähnen, dass auf jeden Fall hier natürlich auch noch Editions abgezogen werden. Die VW sich vorbehält insgesamt, müssten das an die 90 Stück sein. Und dementsprechend sind das tatsächlich ja nochmal deutlich weniger, die dann wirklich auf dem Markt landen. Schreib du mir auf jeden Fall sehr gerne mal unten in die Kommentare, ob du den gesamten Job mitnimmst oder nicht. Für mich persönlich ist das noch so ein bisschen unentschlossen. Ich werde mal schauen, ob ich das Ganze mitnehme oder nicht. Ansonsten gibt es eine interessante Nachricht von Jermaine Rogers und ich finde es auch tatsächlich eine coole Sache, aber auch eine sehr, sehr traurige Sache, dass das nicht in Kombination mit VW gekommen ist. Denn Jermaine Rogers wird hier seine Rabbids, die es schon auf VW gibt, hier jetzt auch als physische Collectibles launchen. Und das ist gerade auf der Decon in Anaheim der Fall. Und natürlich ist hier alles erwähnt mit VW und so weiter und so fort. Es ist aber natürlich sehr schade, dass das hier nicht auf einer Messe mit VW zusammen gelauncht wurde. Da es ja doch eine recht coole Kollektion ist, meiner Meinung nach. Aber hier, wie gesagt, gibt es jetzt auch insgesamt acht von diesen Hasen auch jetzt in Vinyl. Das heißt, wer sich auf jeden Fall dafür interessiert, kann sich da auf jeden Fall nochmal näher reinlesen. Das nächste Artwork steht außerdem auch vor der Tür und zwar Silk Hashtag 1. und für mich persönlich auf jeden Fall, ja, natürlich ein Skip, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Poster beziehungsweise ein sehr, sehr gutes Bild, was sie hier droppen werden. Das Ganze ist für die nächste Woche dann verfügbar, von Montag bis Freitag zum Bieten. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich einfach riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.